hallo leute und willkommen zurück zu einer weiteren let's play folge alles 19 auf der map felsbrunn ja was haben wir in der letzten folge gemacht da haben wir unser korn verkauft unser korn meine ich unser maiskorn haben wir natürlich verkauft jetzt auch korn so und wir sind jetzt erst mal auf dem weg schnell den ob es leiser den trecker und unseren hänger zurück zu bringen ich weiß gar nicht wo wir lang müssen ich glaube wir müssen hier lang fährt dazu ich glaube wir müssen hier lang ich glaube wir fahren hier lang da hinten und letztes mal auf den zug der ist uns in die quere kommen genau da fährt er und dann würde ich sagen dann könnten wir unser feld fertig fertig mit gras pflanzen und wir machen das jetzt schnell erst mal kurz anfangen seite und pflanzen könnten ja rein theoretisch vorspulen so die starten wir mal kommst du mal hoch bauer franz der daraus sein feld so nah an unseren feld gebaut so sagt und weiter geht's stimmt wir sehen das am besten erst mal an und dann können wir mal spulen weil wir haben alles erledigt ich würde nur sagen und wir spielen halt immer nur wenn wenn wir alles erledigt haben ihr seht auch wir spielen auch mit 1 was eigentlich uhr 1 ist werden allgemein immer auf fünf spielen sondern geht die zeit auch schneller rum wir pflanzen jetzt noch mal schnell an und dann können wir ja die zeit vorspulen lassen und bringen wir schnell unsere sachen alle auf dem hof machen unser hof sauber die maschinen sortieren das ist glaube ich eine idee so zack und weiter geht's das ist auch schön so zack weil wir haben auch noch unsere maschinen auch noch im händler stehen die müssen wir natürlich auch noch holen wo das war nicht gut da haben wir was übersehen so jetzt können wir noch mal sehr schön jetzt noch mal alles mit so wir unsere mädrescher steht da auch noch als einfach ich habe auch einfach stehen gelassen so kommen wir rum und wieder senken ja das gefällt gehört nicht euch weiß wir machen da auch nichts so der gute rasen er kann dann auch bald wachsen dann können wir bald erste silage herstellen zack man kann auch glaube ich bald kaufen habe ich gehört habe ich zwar noch nicht gesehen habe ich noch nicht geguckt das ist schön aber das fällt auch gleich nämlich fertig mit unserer sehmaschine geht es eigentlich relativ schnell so das war jetzt doof wir hätten ein bisschen weiter ausholen müssen ja ich weiß wir machen auf dem feld auch nix so können wir gleich mal wieder heben dann machen wir das feld jetzt als erstes fertig auf den anderen feld haben auch noch nix doch da haben wir doch oder auf dem anderen feld was uns gehört da haben wir doch weizen haben wir gepflanzt weizen und raps sie wird sagen das fällt haben auch noch nicht fertig aber das hatten wir fertig das hatten wir fertig so ich kann wie die meldung ja ich weiß zack aber das ist eine kleine gute grasfläche da werden wir bestimmt so ein bisschen was runter kriegen ein ladewagen brauchen wir auch noch so leute dann sind wir gleich fertig dann können wir gleich spulen lassen wir mal so ein bisschen schneller durchlaufen dass wir dann in der zeit können wir dann unsere maschinen zum hof bringen und alles einsortieren das ist doch eine idee der fendt der macht auch schöne arbeit muss ich sagen zack rum Leute ihr habt vielleicht haben auch ein paar von euch mal ein livestream gesehen den machen wir jetzt auch jede woche gut die folge ist jetzt erst für schon glaubt da ist schon der dritte livestream online müsste gewesen sein genau wie erst einmal die woche ravenport das würde mich auch mal freuen wenn ihr da reinschauen wollt jetzt machen wir immer circa gegen 22 uhr der wochentag das kann ich immer nicht genau sagen weil das hängt ab wann ich frei habe familie und so und was ich doch noch so privat zu tun habe das hängt immer davon ab wann ich stream kann aber einmal die woche müsste ich eigentlich hinkriegen das freut mich das ist unser streaming projekt und da sind wir auch mal da haben wir uns auch ein bisschen verbaut bisschen verkalkuliert aber mal gucken was wir auch machen so das filter mal fertig dann können wir jetzt mal was können wir denn 120 und sicher kommen dass noch mal mit 120 laufen so diese sehmaschine die können wir jetzt erstmal die brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr aber die können wir erstmal voll machen die können wir die können wir mal voll machen bevor wir sie zum hof bringen wäre schwachsinn unsere big packs da stehen zu lassen so dann wollen wir mal ja die ist auch echt überbreite ich weiß gar nicht wie man diese normalerweise auf dem normalen weg transportieren soll so da stehen schon unsere ganzen maschinen ich wollte noch mal ganz kurz gucken wo entschuldigung leute was haben wir denn hier passt alles wollten wir gucken ob das speichern automatisch an sich da hatte ich letztes mal probleme mit so können wir hier anfangen wie das war es nix mehr so ein bisschen mager da kommen wir kaufen ein big pack kaufen falsch wir müssen p hier kann man hier kann man ballen kaufen ok 600 ein ballen ist das teuer so wir brauchen big packs und zwar mineraldünger kaufen ja einer reicht auch so und jetzt ist schon gleich abends das ist sehr schön so komm her ja so da ist die maschine auch voll das ist ok jetzt wird es echt dunkel schmaßen wir auch mal unser licht an oh mit innenbeleuchtung sie haben es hinbekommen in ls19 mit innenbeleuchtung drin das ist das freut mich das freut mich echt so ich würde sagen wir spulen bis 6 uhr morgens und dann machen wir auf stufe 5 dann haben wir unsere zeit drin so ich muss ach ne ach mensch ich wollte einfach eigentlich was gucken zack so ok das ist alles gedüngt aber das nächste mal müssen wir noch kalt sprühen aber das könnten wir leute 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 im moment jetzt nur noch kurz überlegen show dich fahren wir jetzt erstmal nach da genau so komm ran wir hätten glaube ich vorher nochmal kalk erstmal aufs feld bringen sollen jetzt bringt es nicht mehr so zack hoch mit dir andere seite das passt das ist super dann bleibt mal stehen kurz wir laufen mal kurz auf unser feld wo sich der himmel schnell bewegt gedüngt 100 prozent raps gehört dir sehr schön weil wir es auch gepflügt und alles haben so was gibt es hier noch gas gedüngt hier ist 100 prozent gedüngt das reicht auch benötigt kalk tata tata ich mache mal aus mit dir fahren wir jetzt zum hofer wir müssen unser feld kalten das machen wir auf jeden fall wir machen bis 5 uhr morgens soll ich sagen 6 ich weiß kann ich fahre überhaupt richtig war mal richtig wir fahren richtig lassen wir doch mal die kleine karte und man nicht dass wir uns verfahren so genau da ist der zug und da ist der übergang da müssen wir links jetzt rum linke spur schön schranken gehen hoch wo wir gar nicht an leute so jetzt haben wir nicht jetzt sehen wir auch was kommen auch schaffst du den berg eigentlich müsste es den berg schaffen wir haben nichts drauf schaffte ihn schaffte ihn schaffte ihn er ist am kämpfen er ist am kämpfen 25 er wird schon schneller er wird schon schneller das ist gut das freut mich hast du mal schon wieder leicht ich weiß auch gar nicht was da und wenn wir jetzt kalten ob das jetzt noch was bringt wir sehen es gleich wenn wir gucken jetzt erstmal was gleich um 5 uhr morgens ist oder 6 wenn es wieder hell wird so steht auf der straße nähe wir sind einfach nur zu schnell für ihn der erste raps ist schon reif sagt uns auf unser hof so den lassen wir mal runter benötigt jetzt haben auch unkraut leute lampe 100 prozent unkraut ok und kraut hört sich nicht gut an so dass und kraut 90 für sein gedüngt 100 prozent so leute so ok so das haben wir die sind auf unserem feld wenn wir unkraut haben gegen unkraut brauchen wir eine spritze ach man was wir alles brauchen spritze so hätte ich doch auch schon irgendwo gesehen wo sind die spritzen pflanzenschutz ja das reicht nehmen wir die oder die oder die ja kommen nehmen wir 35.000 brauchen wir aber hm 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 kaufen ach was solls oder falscher knopf wir brauchen auch big packs nee das ist nicht bei big packs paletten zuckerrohr paletten pflanzenschutzmittel hier das brauchen wir so kaufen können auch gleich zwei kaufen so dann können wir nicht mal ausmachen dann fahren wir noch mal schnell zu unserem feld äh zum händler ist hier auch unkraut drauf unkraut hundertprozentig aber verwiesel stört das ja nicht das sind ja eher riesenkräuter so aber wir können ja mal ganz kurz gucken infoblatt steht hier irgendwo unkraut fälschliche ernten baumfellen und kraut und kraut kannst du pläten ok an pflanzen geld verdienen händler aber extra feldfrüchte nutzung von gras gras sammeln wissen wir auch hm hm ok ok wir holen jetzt erstmal unsere neue feldspritze und ich würde sagen leute in der nächsten folge werden war unser feld spritzen das hört sich echt ok das hört sich doch wie wir gehen das feld spritzen so heißt das auf jeden fall ich danke euch auf jeden fall fürs zuschauen auf jeden fall auf jeden fall überhaupt wir sehen uns in einer weiteren let's play folge ls 19 auf der map feldboden wenn es euch gefallen hat schaltet zur nächsten folge wie ein das würde mich freuen bis dahin tschüss 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 tschüss